Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Literatur ist Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und nur wer auch Zugang zu Literatur hat, hat somit auch einen umfänglichen Zugang an gesellschaftlicher Teilhabe. Diesen Anspruch verfolgt der Vertrag von Marrakesch. Diesen Anspruch verfolgen wir auch als Freie Demokraten, aber diesem Anspruch wird der Gesetzentwurf leider nicht gerecht und deswegen können wir ihn auch nicht unterstützen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Vertrag von Marrakesch ist Teil des gesellschaftlichen Fortschritts und verbessert für Menschen mit Sehbehinderung oder Lesebehinderung den Zugang zur Literatur. Bisher, das wurde gerade schon oft gesagt, sind nur 5 Prozent der gesamten Literatur zugänglich für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung. Machen wir es mal ganz konkret. Das sind allein bei der Deutschen Nationalbibliothek schätzungsweise dann 29,5 Millionen Werke, die nicht zugänglich sind für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung. Hier drin, meine Damen und Herren, sehen wir noch Chance und auch Aufgabe, das Leben für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Die Marrakesch-Richtlinie befürwortet Maßnahmen, diese Anzahl nachhaltig zu steigern. Diesem Ziel hat sich Deutschland verpflichtet. Das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber schauen wir auch mal nach Europa. Andere Staaten verzichten auf eine Vergütung der Urheber. Das halten wir für komplett falsch. Autoren leisten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Für uns ist es nur allzu selbstverständlich, dass diese Aufgabe dann auch angemessen entlohnt wird. Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung wird die Vergütung der Urheber jedoch nicht zielgerichtet gelöst. Es führt zu mehr Bürokratie bei den Verwertungsgesellschaften. Es führt zu einer sehr unangemessenen Kontrolle der Blindenbibliotheken. Und es führt zu einer finanziellen Überlastung der Büchereien. Das ist mit den legitimen Vergütungsansprüchen der Urheber nicht zu rechtfertigen. Diese Hürden gehen zu Lasten der Nutzer, also der Menschen mit Behinderung. Das können und werden wir nicht akzeptieren. Die Verpflichtung Deutschlands zur Marrakesch-Richtlinie und zur UN-Behindernrechtskonvention erfördert ein stärkeres gesamtgesellschaftliches Engagement und auch eine höhere Beteiligung an den Kosten. Der im Gesetzesentwurf geäußerte Appell an die Bundesländer ist damit schlicht zu wenig. Auch der Bund muss sich der Verantwortung stellen und die Zugänglichmachung von barrierefreier Literatur verbessern. Dazu gehört auch ein stärkeres Engagement des Staates für eine verbesserte Teilhabe sehbehinderter Menschen an der Literatur. Wir Freie Demokraten fordern daher erstens eine jährliche Pauschalvergütung für die Urheber. Zweitens die vollständige Übernahme dieser Vergütung durch den Bund. Und drittens eine dauerhafte Förderung der Blindenbibliotheken ebenfalls durch den Bund. Denn nur so, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann dieser Gesetzesentwurf den Zielen gerecht werden. Nur so brauchen wir uns hier im Hohen Hause hinterher nicht dafür zu schämen. Nur so helfen wir den Menschen wirklich. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Literatur ist Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Diesen Anspruch verfolgt der Vertrag von Marrakesch. Diesen Anspruch verfolgen wir als Freie Demokraten. Aber dieser Anspruch mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist leider nicht gerecht. Deswegen können wir diesen auch leider nicht unterstützen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Sören Pellmann für die Fraktion der EU.